hi ho und willkommen zurück bei dem rollenspiel und zwergenfreude zu dwarf fortress ja wir stecken ziemlich in der bredouille überall sind zwerge die tot sind oder schlecht gelaunt sind oder ausgesperrt sind ich sehe gerade zum beispiel oben im krankenhaus ist ein toter zwerg da ist ja giga games hat jetzt auch erwischt gucken wir gerade mal kurz dead missing müssen wir wahrscheinlich von unten gucken ja giga games giga games war die export zwerg ja stimmt giga games giga games war mein export zwerglieder sehe ich gerade super der ist jetzt auch gestorben okay wir haben einen export zwerg wieder verloren ja was ich so alles auf einmal mit kriege überall sind zwerge mit roten pfeilen nach unten und wir haben das problem dass unsere brücke kaputt gemacht wurde beziehungsweise irgendein zwerg hat sich den spaß erlaubt und hat die abgerissen und wir haben einfach kein zwerg gerade zur hand der sie wieder aufbauen kann muss ich mal kurz gucken also wir müssten einen mason mindestens haben aber ansonsten da ist noch ein mason der schläft und der macht rock kopf jetzt sehr schön dass wir jetzt einfach mal weiterlaufen und schauen was passiert hier liegen übrigens noch ein haufen leichen ja die zwerge die draußen sind kommen nicht mehr rein die zwerge die drin sind kommen nicht raus da breitet sich wieder miasma aus sehr schön und giga games wurde tot gefunden ja ein export zwerg ist drin und am trainieren andere zwerge sind irgendwo mein glas maker wirft ein tantrum ein kind wurde von melancholie erwischt kinder sind haben sich beruhigt und feststellen hatten tantrum geworfen ja es wird viel passieren der eine schläft dann in meinem toten noch ein kind von melancholie geplagt leute die tantrums werfen wir haben abgeschlossen sehr beruhigend also neue bürger acceptables das war in ja wir haben 17 naja noch ein paar särge haben wir die aufstellen können ja der letzte zwerg schließt ab so so ähnlich so wir haben keine kopf jetzt mehr das sollten wir ändern rock coffin noch mal 30 stück wieder ein kind mit einem tantrum und ein hauler der zum berserker geworden ist wo ist er denn ja so creature bitte ach da oben ist er da ist aber arg schlicht gerade was macht er denn gerade können wir mal anzeigen berserk rage 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 ist lustig ok im augenblick hat er nicht gerade den drang irgendwas zu machen auch gut aber doch jetzt fängt er an er trägt ein kind die die ecke und tötet ist ok das sollten wir er hat ok er wurde gerade eben von einem kind getötet er ist nicht mehr länger enraged unser metal smith ist auch schon im tantrum modus ok der hauler der zum berserker wurde ist wohl tot oder ja gut wir haben aber noch viel mehr zwerge im augenblick die tantrums werfen oh die brücke wird gebaut wer geht jetzt berserk wieder ein hauler da greifen wir doch mal dann lieber ein kill befehl bitte auf den da genau schießt schießt er schießt ihn er hat ein meiner wachstwurfs getötet super jetzt haben wir militär er wieder eine leere stelle frei nicht gut ok die von draußen können jetzt reinkommen und ich glaube wir haben gerade wieder ein verloren oder ja die sind dabei wo steht es genau stark waving mad went insane können wir dich können wir zu dir zoomen nein ich weiß nicht genau was das heißt wenn sie durchdrehen stradog wurde gerade getötet kind wirft ein tantrum wir verlieren immer mehr zwerge ja sie sind auch eine ganze weile draußen unterwegs das problem ist auch wenn mein ganzes militär anfängt durchzudrehen wir haben jetzt schon wieder vier leute verloren wir haben auch so wieder nur noch sechs ich kann ich die ganze zeit hauler vor allem weil ich keine gut gelauten hauler mehr habe in die ständig ideen war das wieder ein guckt euch das sagen jetzt haben sie die nächste brücke zerstört und die geht bitte nach oben auf und wird aus konglomerat gebaut so die reißen einfach beide brücken ab ich kapiere dich warum was machst du da store item in pin store item in bin ich habe schon wieder ein haufen zwerge draußen ich habe großes glück dass zurzeit keine evasions kommt oder irgendwas anderes die zwerge draußen werden tot so geht es langsam nach und nach wo die hunde wärme nur noch 75 zwerge so verkehrtet Ja, Brewer is fighting, wie sieht es eigentlich mit unseren Stocks zur Zeit aus, trinken sieht nicht so gut aus, es wird auch glaube ich gerade nichts gebraut, wofür mache ich mir überhaupt die Mühe hier noch trinken zu brauen, wenn sich eh alle gerade an die Gurgel gehen. Was hast du für ein Problem, er rennt brabbelt herum und er auch, Thirstie Drows, die Miserwebes, Thirstie Drows, die Miserwebes, Starving, achso das sind die Melancholie Kinder, die langsam verhungern oder verdursten, nebenbei wie viele Kinder haben wir noch, Kitt, 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 geht, ein paar und die Liste meiner Erwachsenen nimmt auch immer weiter ab, Militär haben wir schon fünf verloren, Kinder werfen Tantrums, ja, die Brücke ist in Planung, wie sieht es mit den Särgen aus, den Sarg könnt ihr ruhig weiter bauen, der Sarg ist noch besetzt, die anderen sind noch nicht ausgewählt, so, 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 du bist auch schlecht gelaunt wer dreht jetzt durch ein kind was wieder zum berserker wurde ach da oben squat ich kann mir vorstellen warum die med gehen die müssen kinder erschießen und wir haben einen geist ja haben wir doch ein ja jetzt ist mein mit mittels lift zum berserker geworden ok mein lieder also ich selber trage gerade einen toten in die leichenhalle ein arzt ist zum berserker geworden sehr schön ist noch eine zum geist geworden das muss ich jetzt mal gucken ghostly merchant merchant ok wir haben drei berserker zwei und tote also zwei geister und wir haben jetzt wieder einen toten ok einer meiner köche welcher kocht denn ein thrashtail wurde totgefunden 66 zwerge nur noch toter bogenschütze ja wir haben doch 1 2 3 4 5 bogenschütze armbrust schützen die jetzt gegen die berserker kämpfen überall hat schon wieder wurde die eine rücke abgerissen building bridge warum macht ihr das nur so wie sieht es zurzeit aus noch 63 zwerge zwei laufen berserk zwei sind und tot okay der dog wurde abgeknallt wer läuft noch berserk das kind squad die haben ja noch die befehle zu killen dürften sie sich jetzt langsam war auf dem weg dorthin machen oder ein hauler ist zu tode geblutet ja es hilft das neue jahr bricht an sehr schön wir haben das jahr 131 jetzt das heißt vielleicht treffen bald wieder wild forces of darkness ein ok 62 wir sind auf die fast schon auf die hälfte unserer unserer bevölkerung runter ja das brauchen wir jetzt unbedingt dass wir keine fische mehr im fluss haben ja 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 ja